Na ja, also ich habe hier einen guten alten Freund wieder getroffen, das ist derjenige, der sich meinen Namen ausgedacht hat und auch meinen Kanal damals erstellt hat. So sieht es aus. Auf dem Scheißhaus ist mir der Name eingefallen. Auf dem Scheißhaus? Innovativ. Dieser Mann ist technisch gesehen mehr als mein Vater. Ja, das ist wirklich schön. Was läuft so? Gerade Feierabend und jetzt nach Hause, weil die Hitze bringt mich um. Nice, uns auch. Der Mann ist so fresh, ich finde das einfach nur nice. Fick dich! Junge, die Rotknie-Vogelspinne. Eieieieie. Ich will echt feiner. Ein feines Getier. Junge, Junge, hier, versteckt sie sich. Das Jemen-Kameleon. Das Jemen-Kameleon. Junge, warte. Ist es angesprochen? Hier ist es. Jemen hat schon nicht sicher. Das wäre eine gute Wärmeleistung. Ein Kamel? Ein Kamel. Ein Kamel.